herzlich willkommen hier auf dem video vom autohaus sinopio mein name ist finn ludwig und ich darf ihnen heute einmal den schwarzen opel safira vorstellen das fahrzeug verfügt über led tagfahrlichter 17 zoll alufelgen schauen einmal in den innenraum wo wir schon einmal das multifunktionslenkrad sehen können und wir gehen einmal weiter nach hinten der safira verfügt über einen sehr großen kofferraum der noch zusätzlich ausgestattet ist mit zwei zusätzlichen sitzplätzen das fahrzeug verfügt im innenraum einmal über ein touch display über das sie das radio und das navigationssystem ansteuern können des weiteren verfügt das fahrzeug über eine rückfahrkamera mit dem das einparken kinder leicht ist wir gehen einmal weiter zum lenkrad hier auf der rechten seite finden sie die freisprecheinrichtung für die kopplung mit dem telefon auf der linken seite ist zu finden einmal der limiter und der tempomat mein name ist fern ludwig ich hoffe ich konnte ihnen dieses fahrzeug näher bringen falls sie noch fragen haben finden sie meine kontaktdaten in der video beschreibung tschüss und auf wiedersehen